Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Show Video. Es ist mal wieder so weit. Der junge Mann ist im Turm gelandet und wir schauen direkt mal nach was er so hat und ich glaube ich laufe in die falsche Richtung. Ich hoffe, dass er dieses mal die neuen Warlock Handschuhe dabei hat, denn das sind so von den neuen Sachen so die, die mich richtig interessieren noch, die ich auch noch gar nicht bekommen habe, leider. Die Jägerhandschuhe für eine verbesserte Sprunggranate, die sind mega geil geworden. Auch von den Perks, vom Aussehen her finde ich die echt gut. Die Titan Handschuhe sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus. Auf jeden Fall ist Xur hier in der Lounge. Wie ihr seht, es ist schon richtig voll hier. Ich weiß jetzt nicht, ich fusch mich einfach mal vor hier. So, und zwar hat er dabei ein Vermächtnis-Engramm diese Woche mal. Letzte Woche hatte er ja ein normales Xur-Engramm, diesmal wieder ein Vermächtnis-Engramm, das heißt Jahr 1 Werte, Jahr 1 Sachen raus. Dann hat er Titan Handschuhe, die Opferfäuste, mit Intellekt gewährt explosiver Scheiterhaufen, erhöhtes Nachkampf, anderes Tempo, schnelleres Nachladen mit Scout-Gewehren. Für den Jäger hat er den Himmelsbrenner-Anhang dabei. Intertext Disziplin, Kills mit schweren Waffen können Sphären generieren, mit aufgelahmene Super können Sphären Spezialmonitionen gewähren. Da keine Dunkelheit mit Nahkampf-Kills zu beseitigen, gewährt Bonus Super-Energie. Wenn du Sphären aufhebst, erhältst du Bonus Nahkampfenergie. Dann hat er für den Warlock den Hirsch dabei. Disziplin, Stärke, einmal pro Leben, einmal pro Leben. Legt die Super schnell wieder auf, wenn alle Timmenglieder sterben. Chance auf Wiedereinstieg mit Überschild. Mehr Super-Energie durch Nicht-Hüter-Kills. Bonus Granaten-Energie, wenn Sphären aufgehoben werden. Als Woche hat er diese Woche dabei den guten alten Falkenmond. Der Falkenmond hat die Perks drin. Zwei zusätzliche zufällig gewählte Kugeln in deinem Magazin verursachen beträchtlichen Bonusschaden. Ein zufälliges Geschoss im Magazin verursacht beträchtlichen Bonusschaden. Also definitiv ein Must-Have. Dann hat er hier die Ornamente und zwar einmal Herz aus Gold. Für die Wahrheit ein Ornament und für den Unbefugten. Glasneideln zum Auswürfeln eurer Stats der exotischen Ausrüstungen. Das sind eigentlich die Standardsachen die er immer dabei hat. Drei der Münzen um die Chance zu erhöhen auf Exos von Majors und Ultras. Ne, nur von Ultras, Entschuldigung. Dann schwere Munitionssynthesen, die Sparrow Upgrades und Lichtpartikel. So, meine Kaufempfehlung fällt sehr knapp aus. Falkenmond. Alles andere ist meiner Meinung nach zwar okay, bis auf den Jägerhemm, der ist total, naja. Auf jeden Fall der Falkenmond definitiv eine Waffe, die richtig stark im PvP ist. Für alles andere bin ich der Meinung, dass es bessere Exos für die jeweiligen Klassen gibt. Beim Titan zum Beispiel eher Dämmerbruch-Garnison. Beim Jäger eher Obsidalenwelle, ach nicht Obsidalenwelle, Graviton-Busse. Oder halt Knochen von der Jau. Oder die Schnobis Gelöbnis, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue. Für den Kling-Tänzer. Bei dem Warlock, ja die mit verbesserten Streugranaten oder leere Fangzeinkleidung. Auf jeden Fall bessere meiner Meinung nach als der Hirsch. Da sind die 13 seltsamen Münzen doch besser in 3 der Münzen investiert. So Leute, das war's für diese Woche. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Ich werde mich jetzt mal wieder, oh, ganz schön leer geworden hier. Ich werde mich dann jetzt mal wieder mit 3 der Münzen eindecken um ein paar Exos zu farmen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben, schreibt ihn in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wäre auch super. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. In diesem Sinne Leute, bleibt sauber, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.